Hallo, ich bin Carola Günther, ich bin freischaffende Altistin und lebe in Köln. Ich lebe davon, dass ich in Kirchen und Konzertsälen Konzerte singe. Seit März 2020 wurden alle meine Konzerte abgesagt. Stuhl bin mir, Stuhl bin mir, hält und alle meine Liebe stehen. Stuhl bin mir, dass die Brüste sich auf Erden führt, und führ in mir Liebe, Gottes Liebe. In dieser ganzen Zeit fühle ich mich wie erstarrt. Manchmal, wenn überraschenderweise doch eine Anfrage kommt, werde ich wieder lebendig. Ich wünsche mir, dass das Leben wieder zur Normalität zurückkehrt. Ich wünsche mir Leichtigkeit, Fröhlichkeit, Unbeschertheit, Freiheit, Offenheit und Resonanz. Stuhl bin mir, 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 Und alle deine Liebe fährt. Und alle deine Liebe, ihr verborgenen Fleisches Trieb, O fort, reich du Augenlust, ihr verborgenen Fleisches Trieb. Liebe Welt und alle deine Liebe, steh in mir, steh in mir, steh. Liebe Welt und alle deine Liebe, steh in mir, steh in mir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Westlotto für diese Aktion und auch beim Bund und dem Land NRW für diverse Soforthilfeprogramme für Solo-Selbstständige und Künstler. Liebe Welt und alle deine Liebe, steh in mir, steh in mir. Liebe Welt und alle deine Liebe, steh in mir. Liebe Welt und alle deine Liebe, steh in mir. Liebe Welt und alle deine Liebe, steh in mir. Liebe Welt und alle deine Liebe, steh in mir.